Herzlich Willkommen bei der Polizei. Wurden Sie entführt? Drücken Sie 1. Sind die Nachbarn zu laut? Drücken Sie 2. Werden Sie gerade bedroht? Drücken Sie 3. Werden Sie gerade mit einer Pistole bedroht? Drücken Sie 1. Mit einem Messer? Drücken Sie 2. Wurde Ihnen das Messer bereits in den Körper gerammt? Drücken Sie 1. Versagen Organe schon Ihren Dienst? Drücken Sie 2. Sie haben leider keine Auswahl getroffen. Nach dem Ton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Boah, was war das denn für ein Spruch, Alter? Was ist denn los, meine Freunde? Hi Leo, alles klar? Ich will ja keinen aufhetzen, Leo, ne? Aber hätte er das jetzt über mich gemacht, ne? Aber ich will keinen aufhetzen, oder so. Ach. Was hat er gemacht? Ich habe zugehört. Hätte ich nachgemacht. Aber hätte er das jetzt bei mir gemacht, ne? Boah. Wer? Wer? Wade? 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 Wade was? Wade was? Ich will ja keinen aufhetzen, ne? Aber hätte der das jetzt bei mir gemacht, ne? Boah. Hätte der das jetzt bei mir gemacht? Oh. Shit, 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 shit. Stell dich zu einer gerechten Strafe! Niemals! Ja, komm, warte, lass das zur Garage. Hat jemand eine Mole? Wir könnten die in der Mole sammeln. Ja, ich bin ja. Wow! Shit, da brauchen wir nicht einen Poundermann. Hör mal die Hände hoch. Ich laufe in der Großstrecke, ich gewöhne mich schon mal an so ein Haus, jetzt wo ich auch ins Haus bin. Pass auf, nicht, dass Jamal's Hund kommt. Der frisst dich auf. Ähm, wie geht's? Habibu. 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 Überspann den Bogen nicht. Überspann den Bogen. Den Bogen. Wie schlecht. Entschuldigung. Du überspannst einfach den Bogen. Was machst du denn? Und, Toli, hast du deinen Rekord nochmal selber gebrochen? Oh, entschuldigung, ne? Der ist wirklich assi. Wir sind ja quasi unter uns. Ja, Mann. Du trinkst ungefähr 5 Kilo und liegt auf dem Grund vom See. Boah. Bestimmt kein Wunschkind. Boah. 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 Der war sehr. Rekord mal was zu trinken. Mach das. Warte mal hier. Hahahaha. 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 Von Reifenrich hat noch 7000 Dollar. Warum? Weil ich dir eben geliehen hab. Reifenrich hat. Reifenrich hat. Ziemlich kranker Typ. Das ist der Bruder von Felgen, Fabian. Habt ihr irgendwo stehen am besten? Ja? Mom! Mom! Mommy! 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 Mama! 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 Ma! 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 I don´t wait! Na mein Spaß, was denn? Na ich meine Lässe. Was soll ich sagen? Dem Leo kannst du dann nochmal dein, das Wahlprogramm erklären. Och scheiße. Ja mir auch. Ich hab zwar schon gewählt Amoro. Macht ehemalige Gänze. Ok, wähl Butters. Danke. Was zu trinken. Ja, läuft. Spur ist vorbei. Wow! Ok, ich fass das Ding nicht mehr an. Ja, keine Ahnung, Mann. Geh nicht mal rum, Alter. Ja. Zählen, Mann. Was? Zählen, Mann. Zählen? Ja. Shit, Mann. Warte. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf mit uns beiden. Ja. Wer fehlt noch? Luis fehlt. Wer noch? Leo. Wer noch? Carter. Wer noch? Dex. Wer noch? Wenn hab ich denn vergessen, Mann. Brownie. Ich bin so bescheuert. Ich dachte, du wärst cool, Mann. Na, dachte ich auch. Ich hab überhaupt nix erzählt, Mann. Tja, sogar ich im Urlaub hab viele wirklich gehört. Mhm. Wer erzählt denn die Scheiße, dass ich irgendwas erzählt hab, Mann? Na, ist doch scheißegal. Hat dich nicht zu interessieren, Alter. Sag bye-bye. Nein. Ey, ich hab nen Scheiß erzählt. Eigentlich kann er das ja wissen, weil er wird's nicht nachdenen. Ich war, also, keine Ahnung. Wird den ja auch nix herbringen. Das ist egal, ob es weiss oder nicht. Aber, hey. Kann ich wenigstens erfahren, wer irgendwas über mich behauptet, bevor wir mich abknallen? Nein. Pass auf, es gibt genau zwei Wege, die du jetzt einschlagen kannst, ne? Einer bringt dich aus der Scheiße raus. Und der wäre? Gott. Ich zieh die Beluni. ... 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 Ja, das ist...